Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Fortnite Video. Die Challenge dieser Folge ist, dass ich nur mit einer einzigen Waffe einen epischen Sieg holen darf. Ich würde mal sagen, let's go. So Leute, da sind wir schon in der allerersten Runde. Meine Idee ist es, in Flush Factory zu landen und gleich noch etwas zu angeln. Am besten wären es Rift Fische, damit ich abholen kann. Super, schon eine Tag. Nein, ich nehme lieber die Tag mit. Hier ist ein AK und ein Biggie. So Leute, ich gehe jetzt nochmal angeln. Und hoffentlich kriegen wir einen Rift Fisch. Ja. Oh mein Gott. Ah, Nullpunkt Fisch. Ich muss jetzt schnell machen. So, nein. Ein Flopper, oder? Ah, Mist. Komm. Ich kann jetzt noch einmal angeln, bitte. Bitte komm, bitte. Bitte, ich brauche einen Rift Fisch. Einen Rift Fisch. Und? Mann. einen Profi angeln, wie? Was war das? Nein. Die Zone kommt schon. Ich muss weiter angeln. Das läuft. Ja, nehme ich mit. Scheine die Zone da. Nein. Nein. Gute Bots. Gute Bots. Seid nicht böse. Hab ich gerade angeangelt? Ah, nein. Oh. Oh. Eine Shockwave. Die ist wichtig. Wie viel gibt uns ein Schildfisch? Steht dort nicht. Ich geh mit den Slug. So, Shockwave. Ach, dort wird gebaut verheitet. Mist. Ja, okay. Euchki drin. Ich habe meine, unsere Schildföße. Ich bin ein Schildfisch. Das ist möglich. Ich bin ein Schildfisch. Oh. Ah, noch eine Flosse. Was ist das denn? Schneezappner. Wieder noch 0 Punkte, Fisch, noch. Nein, die Zündung macht gleich 2 ATX. Das habe ich voll vergessen. Ich muss das tun. 3, 2, ich will noch das medkit gunnen. Mist, das wird so knapp. Oh, Flopper. Kannst du ihn missessen. Oh nein, dort ist ein Gegner. Schnell, gönn dir das medkit bitte. Schnell, gönn dir das medkit bitte. Medkit, medkit bitte. Ich muss in die Zone. Endlich. Nein. 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 Ja mannnn! Loh, lass mal stoppen, ha!